Fenster schenken uns Licht und steigern unser Wohlbefinden. Sie schützen uns und öffnen uns die Sicht. Aber wann sind alte Fenster überholt? Die Antwort darauf erhalten Sie nur dann, wenn Sie die Vorteile neuer Fenster kennen. Moderne Fenster helfen, Heizkosten zu sparen und steigern den Wert einer Immobilie. Fenster werden für jeden Bautyp individuell nach Maß gefertigt. So lassen sich klassisches Design und moderne Fenstertechnik gut vereinbaren. Fenster sind innovativ. Isolierung und Schalldämmung verbessern das Raumklima und den Wohnkomfort enorm. Doch die Flut an Informationen im Internet und in den Medien verwirrt mehr, als sie hilft. Empfehlungen spielen eine große Rolle. So findet man am besten einen vertrauenswürdigen Fachbetrieb in der Nähe, der schnell, sicher und sauber arbeitet. Der Fachbetrieb kennt auch alle aktuellen Gesetze und Richtlinien, die beim Einbau berücksichtigt werden müssen. Eine professionelle Montage gewährleistet, dass das neue Fenster sein gesamtes Energiesparpotenzial entfalten kann. So, wie es im Labor geprüft wurde. Beim Fenstertausch sollte alles am besten aus einer Hand sein. In ein bis zwei Tagen ist meist alles erledigt. Vor dem Umbau wird für die neuen Fenster Maß genommen. Der Kunde bespricht seine Wünsche und Ideen mit dem Fachbetrieb und wird umfassend beraten. Neben optischen Gesichtspunkten sind die Themen Lärmschutz, Sicherheit, Raumklima und Nachhaltigkeit wichtig. Das Thema Energiesparen ist besonders gefragt. Dann kann es losgehen. Nachdem alles sorgsam abgedeckt ist, kann das alte Fenster entfernt werden. Dafür wird es zersägt und vorsichtig in Einzelteilen herausgenommen, um nichts zu beschädigen. Es soll schließlich nur das Fenster erneuert werden. Der Einbau erfolgt übrigens komplett von innen. Man benötigt also kein Gerüst. Die Montageprofis setzen das Fenster mit Keilen an die richtige Position. Auch ausgefallene Konstruktionen können mit Kunststoffprofilen Millimeter genau realisiert werden. Kunststofffenster haben eine sehr lange Lebensdauer. Eine sorgfältige, professionelle Montage ist der Grundstein für eine nahezu wartungsfreie und äußerst pflegeleichte Zeit mit dem neuen Fenster. Darum wird das Fenster nun tief mit langen Schrauben im Mauerwerk verankert. Die Keile werden entfernt und das Fenster kann nun fachgerecht isoliert werden. Lücken zwischen Wand und Fenster werden mit einem Fugendicht-Schaum aufgefüllt. Spezielle Dichtleisten und die Versiegelung mit Silikon sorgen für einen dauerhaft luftdichten und dauerelastischen Fensteranschluss. Der Fachmann kennt übrigens alle aktuellen Richtlinien und Besonderheiten der Bauphysik. Unterschiede in der Bausubstanz werden bei der Montage natürlich berücksichtigt. Der Experte weiß auch, dass sich jeder Fehler in der Montage negativ auf Sicherheit, Schalldämmung oder Energiespareigenschaften auswirkt. Perfektion bis ins letzte Detail. Nur wer dabei war, weiß, dass hier gerade noch gearbeitet wurde. Dann ist's geschafft. Nur noch Staubkrümel wegsaugen. Fertig. Modernisierung erfolgreich. Renovieren mit dem Profi geht schnell. Und hält auch noch länger. Lassen Sie sich vom Fensterfachbetrieb in Ihrer Nähe beraten und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.